Amelies Atelier – Windelknisternde Kreativität Beim Malen ihres Selbstporträts lässt die junge Künstlerin Amelie es versunken in die Windel laufen. Kurz darauf betritt der Kurierfahrer Felix das Atelier. Er ist von ihrem halbfertigen Bild fasziniert, was die dunkelgelockte Malerin extrem verwundert. Denn von ihrem feuchtknisternden Geheimnis kann er doch gar nichts wissen, oder? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage